und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal wir haben jetzt 17 uhr 3 am 18.07 und wir haben gerade eine 1000 dollar candle gesehen hier auf dem chart und ich dachte mir das kann man wieder ein ganz gutes klickbett video bringen deswegen warum nicht mal wieder ein neues video spaß beiseite natürlich es gab jetzt schon länger keine videos mehr auf meinem kanal aber es lag einfach aus dem also das lag einfach an dem grund oder es liegt an dem grund dass ich mich eigentlich mit diesem klassischen crypto content einfach nicht mehr identifizieren kann also ich weiß genau welche themen klicks bringen würden ich weiß genau ob ich titeln klicks bringen würde aber ich will einfach nicht machen also ich habe keine lust als hundertsteil ein video zu machen und meine künder zu erklären warum bitcoin auf 100.000 dollar gehen wird bringt klicks könnte man vielleicht auch noch ein wenig geld damit verdienen ja wenn man ein paar partner so anlocken könnte durch klicks aber ist einfach nicht was was ich mir anschauen kann in einem jahr oder besser gesagt auch in einer woche und wo ich dann sagen okay ich stolz drauf dieses video ganz im gegenteil ich bin eher nicht stolz drauf weil ich irgendwelche leute ja vielleicht dazu animiert habe sehr viel geld zu investieren aufgrund eines dummen youtube videos und in diese richtung will ich einfach nicht gehen das heißt was könnt ihr hier erwarten in zukunft ich will einfach das machen was ich am liebsten mache und zwar trading finanzmärkte handeln nicht nur bitcoin nicht nur krypto auch vermehrt währungsmärkte weil ich finde dass sehr sehr viele von euch extrem viel lernen könnten wenn ihr statt dem bitcoin chart mal eine woche den euro chart verfolgt oder von mir aus drei vier wochen unfassbar viel potenzial markt strukturen erkennen markt strukturen lesen strategien formen strategien aufschreiben set ups definieren set ups backtesten das ist eigentlich so der der content zu dem ich hin will und der konnte den ich bringen will also ich will dass jemand ins video schaut und sagt okay jetzt habe ich das gelernt ich kann das anwenden ich mache weniger fehler indem ich das mache ich verliere weniger geld nämlich das machen das ist der punkt wo ich hin will das ist der punkt wo ich mir eine community aufbauen will eine reichweite aufbauen will und das ist auch mein ziel für dieses jahr dieses restjahr und generell für diesen kanal ich weiß nicht ob ich die videos jetzt hier durcheinander bringe oder ob ich einen neuen kanal mache für sachen wie forex oder auch aktien futures je nachdem da bin ich noch immer überlegen aber das ist einfach ein kleiner punkt generell geht es mir einfach darum die richtung klar zu definieren und in diese richtung auch videos zu bringen ja und das erklärt eigentlich auch ganz schön gut meine content ich habe zum beispiel gestern ein extrem interessantes video einen extrem interessanten podcast gehört von einem crypto quant trading fund und da haben wir auch ein wenig in der gruppe diskutiert und da meinten auch einige leute ja kannst du nicht mal genau erklären was machen quant funds was nach was train die denn wie kann es sein dass ein quant fund zweimal auf dem bitmex leaderboard ist die sind zum beispiel ist nämlich mit ihren accounts auf diesem bitmex notional leaderboard das heißt ja über 70 millionen us dollar an profit das extrem heftig ist und ich finde das wäre einfach interessanter content weil so den klassischen content den gibt es wie santa mehr und deswegen will ich einfach in die seriösere schiene switchen und ja ich würde sagen die einleitung ist jetzt hier lang genug und wir wechseln mal kurz auf dem chart und kommentieren gerade diese unfassbare price action ja was haben wir gerade gesehen wir haben einen pump gesehen von 9300 dollar bis zum daily high auf 10.469 dollar das ganze auch mit ordentlich volumen das heißt die wahrscheinlichkeiten für ein 8800 szenarios sind mit diesem pump verschwindend gering worden ich habe noch spekuliert ob wir einen pullback kriegen auf 8800 habe gestern noch gesagt 8800 wäre meine zone wo ich sehr 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 viel longs aufladen würde was ein wenig ärgerlich war und was für euch vielleicht auch eine eine ganz gute anekdote ist um was daraus zu ziehen ich war gestern schon long also ich war mir ziemlich sicher dass wir diesen bauen sehen werden ich war nicht sicher dass wenn ein bounce auf 10.400 ziehen werden aber 10.000 war so mein target ich war schon long ich war gestern vormittag bin hier reingegangen circa dachte mir ist okay der boden scheint hier geformt zu sein einfach aus dem grund wir sind hier einmal nach unten gekommen zweites mal drittes mal war für mich dann go time weil wir diesen stop rate sehen also wenn ihr sowas seht ist für mich oder zumindest für mich ist es immer die indikation okay die market maker haben die stops aus dem markt genommen es ist zeit in die andere richtung zu rennen ich nur mal kurz klarzustellen ich sage ich verwende den begriff market maker einfach generell für leute die den markt ein wenig besser lenken können das hier mit kleinen taschen ich meine damit jetzt keine klassischen market maker in form eines liquiditäts providers aber ich verwende den begriff market maker einfach aus dem grund weil es am einfachsten ist und ob ich jetzt dazu wales sage oder keine ahnung einfach market maker was passiert chart kommt noch einmal nach unten radet genau dieses low dass wir hier hatten bei 9200 mein stopper auf 9100 schlag mich tot keine ahnung ganz ganz klassisches preisverhalten also hier wurde mit absicht der preis darunter manipuliert damit man einfach diese liquidität holen kann das heißt ich musste verkaufen weil ich einen stop order hatte das heißt meine kontrakte wurden verkauft und meine kontrakte wurden an denjenigen verkauft der den preis jetzt wahrscheinlich über 10.400 jahren konnte mit seinem demand preis kommt hier zurück ganz interessant hier auch wieder sind hier einmal stop rate kommen hier drüber retest das ganze haben wir auch hier am 15 minuten chart gehabt in kleinerer ausführung ach komm hier an diesen support verloren 1 2 3 test 15 minuten time frame jetzt kommen hier hoch test 1 test 2 test 3 test 4 bricht kommen hier drüber gehen hier runter boom off the races we go ist eines der setups das ich zu 90 prozent trader glaube ich also so eine range deviation range abweichung stop rate und danach wird der markt in die andere richtung gedrückt wir können uns hier den euro gpp chart anschauen ziemlich etwas ähnliches was ich heute so getradet habe schneller move nach oben ziemlich ineffizient wenig support nach unten gelassen wir haben hier noch kurz support durch diese konsolidierung hier wir haben hier kurz support durch diese konsolidierung hier hier ein bounce hier ein kurzer bounce hier der sell off wahrscheinlich geht es auf diese lows hier würde ich mal ganz stark davon ausgehen aber das interessante ist wieder hier oben seht ihr das gleiche preisverhalten irgendwie im vergleich zum bitcoin ähm man sollte es sehen zumindestens ich kann auch gerne alt i drücken das ist der inverse chart das heißt stop rate drüber retest boom schauen wir uns jetzt gerade noch einen vergleich an damit ihr das seht am bitcoin chart und da ähm sieht man eigentlich wieder ganz gut das ähm preis fractal ist sozusagen ähm und ja das egal ob jetzt forex oder crypto oder bond futures oder metall futures oder was weiß ich chinesische aktien preisverhalten ist immer sehr sehr ähnlich nur man muss das richtig lesen ja man muss lernen das ganz richtig zu lesen weil ähm die ganzen sachen die ich in diesen büchern gelernt habe bringen mir so gut wie gar nichts das gleich wieder hier gewesen trendlinie ganz klassisch sowas land ja eigentlich in chart büchern ja was passiert im uptrend man kauft an der an der trendlinie jetzt mal langsamer machen der chart kommt hier zurück und boom sell off und ich referiere referenziere jetzt hierbei auf die market maker ähm natürlich wissen die das natürlich wissen die das vor dem monitor zig leute auf diese trendlinie schauen und natürlich wissen die okay wenn wir den preis jetzt runter dampen dann holen wir von denen die ganze liquidität in den markt ja liquidität ist mittlerweile auch so ein buzzword geworden aber es ist einfach die ähm passende beschreibung dafür ein markt ähm bewegt sich von der einen seite auf die andere auf die andere seite das heißt von der einen liquidität auf die andere wir haben hier das low rausgenommen das war das zeichen dass wir hier hoch rennen wir haben hier den letzten kurzen stop rate gesehen ganz klassisch ähm mit diesem high hier nehmen diese highs aus dem markt jeder der hier short ist hat seinen stop drüber ähm wir haben den abverkauf gehen unter diese lows drunter jeder der hier long ist wird wieder ausgestoppt das heißt wir haben jetzt beide seiten ausgestoppt ähm und was passiert dann der große move startet das heißt ihr müsst wirklich sehr 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 bedacht sein damit ihr intraday eine chance habt mitzuhalten es ist nicht schwierig also es ist nicht wahnsinnig schwierig nur ihr müsst das verhalten richtig lesen können ihr müsst auch preisineffizienzen lernen ähm shift in order flow sozusagen ganz klassisch hier schneller ineffizienter sell off base wird etabliert und wir holen uns die base direkt zurück das ganze haben wir hier volumenprofil hier habt ihr das volumen rein hier ist die range wo akkumuliert wird hier haben wir kein volumen hier wird gefüllt weil hier ist keiner der diesen sell off verteidigt die die hier short waren sind alle hier schon raus das heißt wir haben hier dieses volumen ähm mit dem sie ihre shorts zurückkaufen haben hier long volumen preis geht nach oben 1000 dollar keine keine resistance gar nichts weil hier keiner dagegen hält die sind alle raus schon hier die sind alle in ihren longs ja kurzer exkurs hier ähm was heißt das jetzt für die ganzen leute unter euch die wieder gern langfristig wissen wollen was hier abgeht ähm er sieht ja nicht ganz gut aus also das volumen hier war sehr heftig und so ein 1000 dollar pump passiert nicht einfach so also ja 300 dollar scam pump von mir aus um mehr shorts zu laden haben wir schon gesehen ähm passiert des öfteren aber 1000 dollar pump den Markt 1000 dollar hochtreiben in einer 10 minuten candle nur um danach tampen zu lassen sehr unwahrscheinlich kann passieren aber ähm meine preis ist wieder geflippt ich schaue auf longs jetzt wieder ich war bis jetzt auf shorts aus ähm hab von 13.000 aus rund ein paar shorts mitnehmen können immer wieder ähm hier auch ganz schön gesehen diese reaktion auf die 20 daily aber hier longs für mich jetzt ab wieder jetzt wieder longs wie ähm schaue ich in die longs zu kommen okay wir haben wieder ranges wir haben hier eine range wir erwarten hier resistance 10.800 sollten wir einen drop sehen 9.800 wieder longs hier wäre auch ein guter punkt ähm um in longs zu kommen das ist diese ehemalige range die wir hier gehabt haben diesen support ist im bereich 10.100 das heißt je nachdem wie stark die form war ist komme ich vielleicht schon früher in die longs je nachdem mehr dazu auf twitter wenn ihr mir auf twitter folgt ich poste ja immer alles also sollte ich in longs gehen werdet ihr es erfahren diese zone jetzt ganz interessant für mich sollten wir einen pullback sehen Richtung 9.900 10.025 hier werde ich long gehen balls deep long ja sollte jetzt nicht nachmachen aber ja ich switche übrigens immer die farm also sobald wir eine range reclaimen wird die range grün sobald wir die range verlieren wird sie rot sieht ganz gut aus ehrlich gesagt sieht echt ganz gut aus ich will diesen retest sehen auf 10.500 und dann will ich den run auf diese highs sehen 11.000 long term daily charts sind natürlich ein wenig correct aus ist ein run auf neue highs möglich definitiv wird es im juli schon passieren oder im august kann ich euch nicht sagen also ich bin ein intraday trader wir halten uns hier auf der 20 free day ema aus ich kann euch nicht voraussagen ob wir jetzt in 20 tagen auf 15.000 hochrennen wenn ich das voraussagen könnte dann würde ich nicht hier sitzen und youtube videos machen sondern irgendwo auf den malediven chillen mit 3 milliarden dollar am konto weil dann würde ich jetzt einfach keine ahnung meine ganzen net worth auf bitmax senden und die longs eröffnen kann ich euch nicht sagen ganz ehrlich ich bin weiterhin extrem bullish was diesen markt betrifft ich gehe weiterhin davon aus dass wir ein neues halter im high sehen werden wie lang die konsolidierung dauert kann keiner sagen was ich hier wo ich weekly chart ganz bullish finde ist dass wir hier hochkommen einmal in diesen support fallen und dann diesen support halten das heißt bullisches zeichen long term bullish ja ich werde mich immer fragen ja lang term nachkaufen und so weiter bullish long term bullish mehr kann ich dazu nicht sagen nachkaufen wenn ihr nachkaufen wollt dips nachkaufen diese illusion dass ihr als auf der anderen Seite sagt okay ich sei kein trader ihr wollt nicht intraday train aber auf der anderen Seite immer genau den Boden erwischen wollt also das könnt ihr euch in die Haare schmieren entweder ihr seid long term oder ihr seid intraday wenn ihr intraday seid dann eigenes stops konservative target das heißt rein raus Geld machen Profit machen und dann wieder flat das ist intraday long term heißt kaufen und halten und nicht irgendwie sagen okay ich will den Boden auf 10 Dollar treffen das ist dann train und das ist dann nicht long term kaufen weil ist unmöglich wenn ihr das könnt dann bewerbt euch bitte bei einem Hedgefund die werden euch eine Tonnenweise Tonnenweise Geld zahlen wenn ihr diese Fähigkeit habt ja und ich würde sagen das Video ist jetzt eh mal lang genug es war wieder nur ein kurzes Video zur aktuellen Lage ich will wie gesagt öfter Videos bringen und dann können wir uns vielleicht morgen nochmal hören wenn ich diesen diesen Fluss wieder rein bekomme ja diesen Fluss öfter Videos zu machen das wäre wirklich geil Retest ich warte auf diesen Retest ich warte auf die Reaktion von 10.900 ich warte auf die Reaktion von 11.900 bis dahin hört ihr mehr von mir auf Twitter ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit wir sehen uns euer Chris